Kein Zuschlag von 7,5% ab dem 01.07.2024, wenn ich am 30.06.2024 keine EM-Rente mehr, sondern schon vorher nahtlos eine Altersrente beziehe. Stimmt das, was die Rentenversicherung Berlin-Brandenburg mir dazu schreibt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich weiß, meine Damen und Herren, es ist eine sehr, sehr lange Überschrift für dieses Video, aber ich konnte es leider nicht anders herunterbrechen. Ich habe also eine ganz interessante Anfrage bekommen von einer Dame nördlich von Berlin und die schreibt mir wie folgt. Hallo Herr Knöppel, ich verfolge sehr intensiv Ihre Beiträge im Internet und bin dankbar für diese vielen Informationen. Leider hat es mich jetzt auch stark getroffen, was mir meine Rentenversicherung DRV Berlin-Brandenburg mitteilte. Ich bin seit November 2014 EM-Rentnerin. Sie hat ab 2014 EM-Rente bezogen und ich war durchgängig bis zum 31.03.2023. Und ab dem 1.04.2023, also kein April-Scherz, sondern tatsächlich so, ist sie in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen gewechselt. Man hat natürlich gedacht, alles klar, wenn das so ist, dann profitiere ich natürlich auch von den Regelungen, die ab dem 1.07.2024 für die Bestands-EM-Rentner gelten sollen. Also diese pauschalisierte Zuschlagsregelung bis 7,5%. Unsere Kundin, unsere Mandantin, hat bei der DRV Berlin-Brandenburg eine Anfrage gestartet und hat dann dementsprechend ein Schreiben bekommen, von dem ich ein wenig vom Inhalt her wachlos bin. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal, was die DRV Berlin-Brandenburg da so alles Nettes geschrieben hat. Ja, also Sie sehen ein bisschen geschwärzt hier und hat man unserer Mandantin also mitgeteilt, dass die Gesetzesänderung für die EM-Bestands-Rentner erst zum 1.07.2024 in Kraft wird. Das sehen Sie hier, was ich hier so ein bisschen einkreise. Voraussetzung für die Berücksichtigung von Zuschlägen ab dem 1.07.2024 ist, dass am 30.06.2024 ein Anspruch auf eine EM-Rente bestand. Das schreibt die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg. Und sagt gleichzeitig, Sie beziehen seit dem 1.04.2023 eine Altersrente. Der Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung ist somit entfallen, sodass für Sie keine Zuschläge ab dem 1.07.2024 zu berechnen sind. Ja, Sie merken schon, ich habe eine kleine Pause eingelegt. Das war aber keine Kunstpause, sondern ich musste leicht räuspern. Denn als ich das gelesen habe, da habe ich mir gedacht, mein lieber Mann, liebe Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, was Sie hier geschrieben haben, das ist ganz starker Tobak. Und ich werde Ihnen das jetzt mal zeigen, wie die Gesetzeslage tatsächlich aussieht. Denn die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg hat hier in der Tat kein Recht. Das ist also eine fehlerhafte Auskunft, die hier gegeben worden ist. Und zwar gibt es ab dem 1.07.2024 eine Neuregelung im SGB VI. Das ist der Paragraf 307i. Ich zeige Ihnen das mal hier oben. Ja, sehen Sie hier. Und der sagt uns hier unten, Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei Renten wegen Erwerbsminderung und Renten wegen Todes. Das ist diese Neuregelung, die unsere Koalition geschlossen hat, um die Nachteile derer, die eine EM-Rente vor dem 1.1.2019 bezogen haben, hier ein bisschen auszugleichen. Es geht um den Ausgleich wegen der verkürzten Zurechnungszeit gegenüber denjenigen, deren EM-Renten schon am 1.1.2019 begonnen haben, die also von der längeren Zurechnungszeit profitieren. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Tatbestandsvoraussetzungen an. Was sagt denn uns eigentlich das Gesetz der 307i? Im Absatz 1 steht ganz klar drin, Ein Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten wird ab dem 1. Juli 2024 berücksichtigt, wenn am 30. Juni ein Anspruch bestand, entweder auf eine Rente wegen Erwerbsminderung, die jeweils nach dem 31. Dezember 2000 oder vor dem 1. Januar 2019 begonnen hat. Das sind also die Leute, die am 30.06. nächsten Jahres immer noch eine EM-Rente haben und die genau in diesem Zeitraum, 31. Dezember 2000 bis vor dem Januar 2019 begonnen hat. Oder, gucken wir in Ziffer 3 mal rein, jetzt staunen Sie, Am 30. Juni 2024 ein Anspruch bestand auf eine Rente wegen Alters, die unmittelbar an eine Rente wegen Erwerbsminderung oder an eine Erziehungsrente nach Nummer 1 anschließt. Meine Damen und Herren, hier steht es, genau hier steht es. Die Rechtsauffassung der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg ist definitiv falsch. Denn der Gesetzgeber hat genau in dieser Regelung, ich schalte es nochmal um, ich zeige es Ihnen nochmal, genau in dieser Regelung auch die Rentnerinnen und Rentner erfassen wollen, die am 30.06.2024 zwar keine EM-Rente mehr haben, aber die eine Altersrente bekommen, die sich nahtlos an die EM-Rente angeschlossen hat und genau diese EM-Rente in genau diesem Zeitraum hier begonnen hat. Und wie eingangs erwähnt, hatte ich Ihnen das ja gesagt, hat die EM-Rente unserer Mandantin im November 2014 begonnen. Und sie hat jetzt am 01.04.2023 eine Altersrente. Und deshalb hat sie genau nach dieser Vorschrift, ich zeige es nochmal, Paragraf 307 Absatz 1 Zipper 3, Anspruch auf diesen Zuschlag. Und zwar in unserem Fall auf 4,5%, weil die EM-Rente, hier haben wir es im Absatz 3 dieser Vorschrift, nach dem 30. Juni 2014 und vor dem 1. Januar 2019 begonnen hat. Hier unten steht es. Ja, können Sie sehr gut sehen. Das heißt also, die schriftliche Aussage der deutschen Rentenversicherung Berlin-Branden ist nach der uns vorliegenden aktuellen Gesetzeslage schlicht und ergreifend falsch. Wir haben unserer Mandantin geraten, das nochmals ihrer Rentenversicherung zu sagen und ihr auch klipp und klar zu sagen, dass die Auskunft falsch ist und wir haben auch den Gesetzestext ihr übermittelt und sie soll bitte den Gesetzestext der deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg übersenden. Aber auch noch eines vorab zu erwähnen. Unsere Mandantin hat selbstverständlich jetzt noch nicht den Anspruch. Der Anspruch beginnt erst am 1.7.2024. Das heißt also, sollte sie wieder erwarten, einen abschlägigen Bescheid bekommen, kann sie selbstverständlich im Widerspruch, wenn der Widerspruch nicht abgeholfen wird, dann ins Klageverfahren gehen. Aber ich glaube nicht, dass es soweit kommen wird. Denn unsere Mandantin hat nach ihrer Sachverhaltsschilderung und nach dem, was wir hier gesehen haben, auf jeden Fall Anspruch auf den Zuschlag nach § 307 I Absatz 1 Ziffer 3 SGB 7. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.